Ich bin, wie gesagt, Fahrlehrer. Ich war Fahrlehrer in Berlin und ich war auch Fahrlehrer in Brandenburg und Gott, ich habe Unterschiede festgestellt. Brandenburg funktioniert anders. Meine Lieblingsschüler kommen aus Brandenburg, das ist die Kategorie Schwarzfahren, seitdem ich acht bin. Das ist total geil, weil du brauchst nicht mehr viel sagen, weil das sind so diese Standardsprüche wie, hey, in der Fahrstunde beide Hände ans Lenkrad. Stell das Bier halt weg. Und bitte überlege, was wir gesagt haben, wir haben gesprochen, du kommst zur Prüfung ohne Auto. Ich wusste nicht, wie wichtig dieser Satz wird.